Im Kosmos von Sein und Werden. Folgen wir einem Ziel? Oder zielen wir nur auf Erfolg? Kann uns etwas verbinden, das uns trennt? Fehlt uns die richtige Antwort? Oder stellen wir nur nicht die richtige Frage? Was muss geschehen, damit aus einer großen Idee etwas so Kleines wird, dass es in unsere Hand passt? Türen. Lassen Sie durch Wände gehen. Gefördert von der Europäischen Union.